herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch die komplette serienbox zu breaking bad alle weiteren informationen zu dieser serie und dem boxinhalt sowie natürlich auch die links zur serie und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung breaking bad die komplette serie das ganze aus dem jahr 2008 wir haben hier mal wieder eine box aus dem bereich serie jawohl die serie breaking bad aus dem jahr 2008 wir haben hier die komplett box also insgesamt 62 folgen in fünf staffeln in der blu ray box hier oben lesen wir einmal blu ray disk dann haben wir hier das klassische das bekannte artwork breaking bad hier in diesem design hier von der von den chemischen elementen die komplette serie fsk 16 auf der seite auch beschriftet und auf der rückseite haben wir den infotext und zwar lesen wir hier eine der besten drama serien aller zeiten die atemberaubende saga über walter white ein highschool chemie lehrer der zum mech könig wurde liegt nun in ihrer gesamtheit vor alle 62 ungekürzten ungeschnittenen episoden emmy preisträger brian cranston porträtiert walter white einen familienvater der kriminell wird nachdem die lungenkrebs sein bis dahin ruhig verlaufendes leben auf den kopf stellt er rekrutiert den ehemaligen studenten und gelegenheitsdealer jesse pinkman emmy preisträger aaron paul als gehilfen und steigt gegen einen hohen blutzoll zum einflussreichsten meff dealer auf walt gelingt es dabei allerdings nicht seinen hartnäckigen schwager drogenfahnder hank schrader die norris von seiner fährte abzulenken wird walter mit durchkommen oder wird in der versuch des leben kosten dank fesselnder darstellungen von anna gunn giancarlo esposito jonathan banks bob odenkirk betsy brandt rj mit und vielen mehr können sie jeden moment dieser bahnbrechenden tv-serie noch einmal neu erleben die produzenten sind vince gilligan mark johnson und michelle mclaren gewinner von 16 emmy awards inklusive beste drama serie enthält alle 62 episoden auf 15 discs mit über 50 stunden extras so dann haben wir noch mal die details zu sprachen untertiteln etc bonus material barcode ok gut das ganze lässt sich dann hier öffnen also das hier ist ein pappschuber und hier ist dann der eigentliche inhalt so als erstes haben wir hier bevor wir zu den dvd kommen dieses begleit heftchen breaking bad die komplette serie und hier werden uns noch einmal die charaktere näher gebracht also mit fotos und hier geht es los die übersicht über die einzelnen folgen und auch eine kurzbeschreibung also was in dieser folge genau passiert das ist season 1 dann season 2 staffel 3 also season 3 nummer 4 hier unten dann auch immer der bonus angeführt was uns hier an bonus erwartet season 5 und nummer 6 also die finale staffel das ist diese hier ja das hier in diesem begleit heftchen und die eigentliche box ist dann die hier auch hier wieder in diesem schwarz grünen breaking bad design machen wir hier mal auf und hier hat man wirklich sehr platzsparend alle dvds so alle blu rays aufeinander geschichtet also pro plastik teil also pro wie nennt man sowas ich glaube auf englisch heißt das ganze tray schicht also pro schicht haben wir hier scheinbar zwei blu rays drin genau also das hier in diesem fall sind die ist die erste staffel sieben folgen plus bonus dann geht es hier weiter die zweite season mit neun folgen plus bonus hier die weiteren folgen 10 bis 13 plus bonus hier geht es dann los mit der dritten staffel mit den ersten fünf episoden dann weitere episoden bis 13 dann die vierte season von 1 bis 9 die vierte season bis 13 und hier startet dann auch schon die letzte season season 5 1 bis 4 5 bis 8 äh entschuldigung 5 season und jetzt kommt die finale season nämlich nummer 6 also staffel 6 ist die finale season 1 bis 4 und 5 bis 8 ja also hier wirklich auf engstem raum alle blu rays hier zusammengepackt das war's auch schon wir fassen zum abschluss noch einmal kurz zusammen was sich alles in dieser box befindet einmal die eben gezeigten fünf staffeln mit insgesamt 62 folgen dann haben wir dazu noch dieses kleine begleitheft hier diese kurze infobroschüre mit den einzelnen staffeln noch einmal im detail und das alles gibt es in dieser wunderbaren box breaking bad die komplette serie mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von der serie beziehungsweise der box schreibt es in die kommentare und wenn ihr die serie feiert falls ihr breaking bad unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt euch auf ciao ciao